Im Titel vielleicht ein bisschen krass beschrieben, aber tatsächlich frage ich mich ernsthaft, was soll dieser absolute Blödsinn von Respawn? Ich habe keine Ahnung, ob es ein Bug ist, aber ist es euch aufgefallen? Das Wechseln der Optiken bei Apex Legends. Irgendwas ist da fehlgeleitet. Ich weiß nicht, was es soll. Jedenfalls seit ein paar Tagen. Vielleicht ist es tatsächlich ein Bug. Ich glaube es aber nicht. Ich habe jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder gezockt. Ich dachte vielleicht habe ich zu lange, zu oft Resident Evil jetzt in den letzten Tagen gezockt und verdrücke mich jedes Mal. Aber es ist tatsächlich kein Verdrücken meinerseits. Wenn ihr zwei Waffen habt und ihr wollt die Optiken ändern, müsst ihr jetzt auf der Playstation X statt Viereck drücken. Und so passiert es, dass du vielleicht versehentlich eine Optik droppst, die du eigentlich changen willst. Dann lässt du sie vielleicht auf den Boden fallen, du verdrückst sie ständig, bist vielleicht in einer hektischen Situation. Und dann habe ich zum Beispiel hier auf meiner geliebten G7 in einer hektischen Situation dieses Visier nicht mehr drauf und renne auf einmal ohne rum. Ist es euch aufgefallen? Kommt es mir nur so vor? Ist hier irgendwas fehlgeleitet? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es mir ziemlich auf den Zeiger, warum wir nach vier Jahren Apex Legends denken müssen. Lass uns bitte unbedingt die Tastenbelegung für das Swappen der Optiken ändern, um das zwischen den Waffen zu wechseln. Du lootest zwar immer noch auf derselben Taste, aber wenn du wie gesagt zwischen diesen Visieren wechseln willst oder das in dein Inventar packen willst, um es vielleicht für dein Teammate zu droppen, verdrückst du dich ständig und mir geht es auf den Zeiger und ich bin mir sicher, kein Schwanz hat nach dieser absolut sinnlosen Änderung gefragt. Leute, es gibt andere Baustellen, aber gut, dass wir jetzt endlich eine absolute Verwirrung haben bei den Optiken. Was haltet ihr von diesem absoluten Scheiß? Haut rein!